Hey Leute, hier ist Anzu und wir sind seit langem mal wieder in Kofu unterwegs, denn mir ist aufgefallen, in Kofu vlogge ich gar nicht so oft. Und zwar gehen wir heute in einen Pflaumenpark und machen dort mehr oder weniger Hanami. Wir haben uns halt auch schon was zu essen mitgenommen, Picnic im Park mit Pflaumenwäumen, denn Kirschblüten blühen noch nicht. Wir haben Glück gehabt, denn heute ist das Wetter richtig gewutscht. Und zwar für das Hanami, mehr oder weniger, habe ich mir einmal so ein Mochi-Sagoda oder irgendwas geholt mit so einem Blatt auch drumherum. Dann einmal Dango und das sind keine ganz normalen Dangos, sondern die haben spezielle Soßen obendrauf, irgendwie mit Sakura, Yuzo und das habe ich keine Ahnung. Und dann noch den ganzen Smoothie der Welt, den es mir im Family Markt gibt und dann auch noch Wraps. Und jetzt wird gegessen. Und jetzt wird gegessen. Und jetzt wird gegessen. Und jetzt wird gegessen.